Willkommen zurück zu meiner Jazz-Improvisations-Tutorial-Serie. In diesem Teil schauen wir uns an, wie man über die ersten nicht-diatonischen oder tonleiterfremden Akkorde improvisieren kann. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Hier findest du regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und am Ende des Videos auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir dieses Video gefallen hat. An dieser Stelle starten wir direkt in den zweiten Teil dieser Improvisations-Serie. Solltest du den ersten Teil verpasst haben, packe ich ihn dir hier oben nochmal in die Infobox. In der Beschreibung findest du auch noch eine Kapitelübersicht zu den einzelnen Kapiteln dieses Videos. Und du findest natürlich auch die Links zu den heutigen Jamtracks zur Improvisation. Im ersten Teil dieser Videoserie haben wir uns mit der 2-5-1-Kadenz befasst, die man auch gemeinhin Jazz-Kadenz nennt. Wir haben uns angeschaut, mit welchem Tonmaterial man über die Akkorde der 2-5-1-Kadenz improvisieren kann und dabei herausgefunden, dass man durchweg hier diatonische, also tonleitereigene Akkorde einer gewissen Tonart hat und eben deshalb hier bei der 2-5-1 in C-Dur zum Beispiel auch mit dem Tonmaterial aus C-Dur bzw. C-Ionisch über diese Kadenz improvisieren kann. Das Ganze war noch keine große Herausforderung und am Ende des Videos haben wir uns auch nochmal angeschaut, welche Möglichkeiten man so hat, mit dem Tonmaterial aus verschiedenen Tonarten über verschiedene 2-5-1-Kadenzen zu improvisieren. Im Theorie-Teil des allerersten Videos haben wir außerdem festgestellt, dass die Akkorde der 2-5-1-Kadenz jeweils in Quintfällen angeordnet sind. Das heißt also, wir gehen vom D-Moll-7-Akkord eine Quinte runter und landen dann auf dem G-7-Akkord in der Tonleiter, das sieht man hier oben auch nochmal schön, und vom G-7-Akkord fallen wir nochmal wieder eine Quinte runter und landen dann hier auf der Tonika, dem C-Major-7-Akkord. Die 2-5-1-Kadenz könnten wir nun natürlich auch noch erweitern, indem wir weitere Quintfälle hier hinzufügen. Das heißt also, wir könnten jetzt vor dem D-Moll-7-Akkord auch noch den A-Moll-7-Akkord aus der C-Dur-Tonleiter hier einfügen und hätten dann eine Akkordfolge aus A-Moll-7, D-Moll-7, G-7 und C-Major-7. Durchweg Quintfälle hier immer jeweils zum nächsten Akkord und würden dann hier von der erweiterten Jazz-Kadenz oder der erweiterten 2-5-1-Kadenz sprechen. Außerdem könnten wir hier Akkorde in Quintfällen hinzufügen, bis wir wirklich sämtliche Akkorde aus der C-Dur-Tonleiter abgehandelt hätten. In diesem Fall würden wir dann vom F-Major-7 starten, dann zum nächsten Akkord mit einem Quintfall rüber, in dem Fall eine verminderte Quinte, zum H-Moll-7 mit vermindeter Quinte. Von hier aus würden wir wieder einen Quintfall machen zum E-Moll-7, vom E-Moll-7 einen Quintfall zum A-Moll-7 und vom A-Moll-7 würden wir jetzt an der Jazz-Kadenz ankommen, Quintfall zum D-Moll-7, Quintfall zum G-7 und Quintfall zum C-Major-7 und wir hätten alle Akkorde aus der Tonart C-Dur hier eingebunden und das Ganze nennen wir dann Jazz-Voll-Kadenz. Dazu verlinke ich dir auch nochmal ein Theorie-Video in der Infokarte, wenn du über die Jazz-Voll-Kadenz schon mehr wissen möchtest. In dieser Videoserie, in diesem zweiten Teil, werden wir uns aber noch nicht mit der Voll-Kadenz beschäftigen. Weil ich den Fokus hier eher darauf lege, dass wir unsere Improvisationsfähigkeit verbessern, indem wir hier auch neue Skalen hinzufügen und würden wir hier über die Jazz-Voll-Kadenz, die wir eben erzeugt haben, improvisieren, würden wir immer noch mit dem Tonmaterial in dem Beispiel aus C-Dur improvisieren und uns da nicht weiterhin verbessern. Um nun aber zeitweise neues Tonmaterial und so auch andere Skalen nutzen zu können, müssen wir diese 2-5-1-Jazz-Kadenz einmal erweitern um einen nicht-diatonischen Akkord, das heißt also einen Akkord, der in dieser Tonleiter nicht vorkommt. Wir könnten hier nun also einen A-Moll-7-Akkord beispielsweise notieren, der wäre dann allerdings noch diatonisch und würde nicht zu neuem Tonmaterial führen für unsere Improvisation, würde dann aber mit einem Quintpfeil wieder zum D-Moll-7 weitergehen. Welcher nicht-diatonische Akkord würde hier nun aber Sinn machen? Nun ja, das müsste ein Akkord sein, der zum einen nicht in der C-Dur-Tonleiter hier enthalten ist, für das Beispiel C-Dur, und außerdem könnte das auch sehr gut ein Akkord sein, der eine Dominanz-Zap-Funktion hat und sich zum D-Moll-7 auflöst, also die Dominante vom D-Moll-7-Akkord oder funktionsmäßig ausgedrückt der Dominanz-Zap-Akkord der 2. Stufe der Tonleiter. Und genau diesen Akkord wollen wir hier als Sekundär-Dominante einfügen, A7 als Dominante der 2. Stufe aus C-Dur, und somit auch neues Tonmaterial erhalten. Wenn du nach diesem Video noch mehr über Sekundär-Dominanten und auch schon sogenannte Substitutions-Dominanten, die wir auch später in dieser Videoserie kennenlernen werden, erfahren möchtest, habe ich dir das Thema auch nochmal in der Infokarte verlinkt. Hier unten habe ich das Ganze nun einmal notiert. Wir sehen hier die 2-5-1-Kadenz in C-Dur und dazu sehen wir auch noch die Dominante der 2. Stufe aus C-Dur, also den Dominant-Zap-Akkord, der dann zum D-Moll-7 wieder auflösen soll. Das Ganze wird dann so geschrieben, 2-5-1 und dann Dominant-Zap-Akkord der 2. Stufe. Nach wie vor können wir nun über die Akkorde D-Moll-7, G7 und C-Major-7 einfach mit der C-Dur-Tonleiter improvisieren, denn das ist ja hier die 2-5-1 in C-Dur und im letzten Takt müssen wir uns dann unser Tonmaterial ein wenig anpassen. Hören wir uns nun aber zuerst einmal unsere neu gewonnene Kadenz im Hörbeispiel an und schauen dann, wie wir unser Tonmaterial anpassen müssen, um hier über den A7-Akkord zu improvisieren. Um nun über diesen letzten Akkord A7 zu improvisieren, müssen wir uns einmal anschauen, aus welchem Tonmaterial dieser A7-Akkord überhaupt besteht und er besteht aus den Tönen A, Cis, G und E. Und während die Töne A, E und G nun auch ganz natürlich in unserer C-Dur-Tonleiter enthalten sind und wir diese Töne auch beibehalten können bei unserer Improvisation, kommt hier nun plötzlich statt dem Ton C der Ton Cis vor und genau diesen Ton Cis, den müssen wir in unsere C-Dur-Tonleiter einfügen und aus dem Ton C in der C-Dur-Tonleiter einen Ton Cis machen und dann ist unsere Tonleiter auch schon für die Improvisation über diesen A7-Akkord angepasst und wir haben nicht mehr eine C-Dur-Tonleiter, die wir über diesen Akkord spielen aus den Tönen C, D, E, F, G, A und H, sondern wir haben eine Tonleiter aus den Tönen Cis, D, E, F, G, A und H. Diese Tonleiter habe ich hier oben einmal notiert, Cis, D, E, F, G, A und H, aus dem guten Grunde, dass man jetzt diese Tonleiter 1 zu 1 mit der C-Dur-Tonleiter vergleichen kann und hier dann jeweils die Veränderung sehen kann. Da wir dieses Tonmaterial über den A7-Akkord spielen, können wir uns diese Tonleiter natürlich auch nochmal vom Ton A als Grundton aus angucken, haben dann die Töne A, H, Cis, D, E, F, G und dann wieder A. Wir haben also eine Dur-Tonleiter, hier haben wir die große Terz auf der dritten Stufe mit einer kleinen Septime, hier den Ton G und in dieser Dur-Tonleiter ist außerdem auch noch eine kleine Sechste der Ton F beziehungsweise eine kleine Tredezime vorhanden. Das heißt also eine Dur-Tonleiter mit kleiner Septime, da haben wir Mixolydisch und außerdem noch die Option B13, hier der Ton F, beziehungsweise B6 könnten wir auch schreiben, gängiger ist B13, dementsprechend haben wir hier den Mode Amixolydisch B13. Um jetzt nochmal kurz ein bisschen theoretischer zu werden, denn praktisch ist das Ganze ja ganz einfach, indem wir unsere C-Dur-Tonleiter so verändern, dass aus dem Ton C der Ton Cis wird, wenn wir über A7 spielen. Bei Amixolydisch B13 handelt es sich um den fünften Mode, der D-Melodisch-Moll-Tonleiter. Und zwar aus den Tönen D, E, F, G, A, H und Cis. Und jetzt sagst du vielleicht, aha, D-Melodisch-Moll, A7 zu D-Moll-7, das macht ja alles Sinn, aber ich könnte hier doch auch einfach D-Harmonisch-Moll spielen, oder nicht? Ja, D-Harmonisch-Moll könnte man hier spielen, dann hätte man hier eine Tonleiter aus den Tönen D, E, F, G, A, B und Cis, hätte dann aber mit dem Ton B nochmal einen zusätzlichen Ton, der sich ein bisschen weiter entfernt von der C-Dur-Tonleiter. Wir hätten nicht mehr wie bei D-Melodisch-Moll- oder Amixolydisch-B13 nur eine Tonabweichung und wären relativ nah dran noch an der C-Dur-Tonleiter mit dem Ton Cis, sondern wir hätten hier schon zwei Tonabweichungen, den Ton Cis und den Ton B. Damit kann man trotzdem über diesen Akkord improvisieren, mit der D-Moll-Tonleiter, D-Harmonisch-Moll-Tonleiter. Aber wir haben zwei Tonabweichungen und sind weiter weg mit dieser Tonleiter und das wird der Zuhörer auch hören, dass wir hier weiter weg sind. Es kann aber durchaus gewollt sein, dass wir hier diesen Harmonisch-Moll-Klang haben wollen und eben nicht Melodisch-Moll. Melodisch-Moll ist theoretisch besser, aus dem einfachen Grund, dass sich hier nur ein einzelner Ton verändert und wenn wir uns mal die Töne von D-Melodisch-Moll anschauen und gucken, wie wir D-Melodisch-Moll noch benennen könnten, dann sehen wir hier D-E-F, okay, das wird eine Moll-Tonleiter, das Ganze, hier mit der kleinen Terz und dem Moll-Akkord D-Moll auf der ersten Stufe. Heißt also, diese Tonleiter könnte entweder iolisch, dorisch oder phrygisch sein, von der Bezeichnung her. Dann schauen wir weiter und sehen, oh, okay, hier ist eine große Sechste, beziehungsweise eine dorische Sechste. Bis jetzt ist die Tonleiter dorisch, mit Abweichung einer großen Septime und D-Melodisch-Moll kann man seltener auch als D-Dorisch mit großer Septime bezeichnen. Das heißt also, während wir hier D-Dorisch spielen, spielen wir hier im Prinzip Tonmaterial D-Dorisch mit großer Septime, beziehungsweise Amix-Solidisch-B13, beziehungsweise auch immer noch dasselbe Tonmaterial, D-Melodisch-Moll, aus den Tönen D, E, F, G, A, H und Cis. Deshalb ist diese Tonleiter hier klanglich so korrekt und harmonisch-Moll hier unten, beziehungsweise mixolydisch B9, B13, da sehen wir die Abweichung, weicht dann halt schon einen Ton stärker ab von der C-Dur-Tonleiter, die wir hier gewohnt sind und daher sind wir hier so ein bisschen wieder weiter außerhalb mit der Tonleiter. Beide Tonleitern funktionieren aber für die Improvisation und über diesen A7-Akkord könnte man theoretisch auch noch ganz andere Tonleitern spielen. Das ist aber ein bisschen zu weit jetzt für die Serie, wie wir jetzt vorankommen wollen. Wir wollen uns das ganz einfach erstmal simpel machen und ein klares Konzept haben. Theoretisch haben wir nun also alles für dieses Video abgehakt. Wenn du mehr über Harmonisch oder Melodisch-Moll wissen möchtest, dann habe ich dir auch noch einmal zwei Theorie-Videos, jeweils eins zu Melodisch und eins zu Harmonisch-Moll, in die Infokarte gelegt und wir machen nun weiter mit dem Praxisteil. Die Download-Links zu den jetzt folgenden Jamtracks für die Jazz-Improvisation findest du wie auch im letzten Teil als Link in der Beschreibung zu meiner Patreon-Seite. Dort kann jeder Patreon und Nicht-Patreon barrierefrei die Jamtracks herunterladen. Du kannst mich dort aber auch monatlich unterstützen und mir damit ermöglichen, dass ich regelmäßiger neue Videos machen kann und mehr Zeit für das Projekt Ich-Mach-Lala investieren kann. So macht das auch Arnold Esper, der hat das mit Namensnennung gemacht und unterstützt mich hier bei Patreon. Dafür vielen, vielen Dank! Starten wir nun mit dem Praxisteil und da wir die ganze Zeit erstmal uns in C-Dur bewegt haben, legen wir auch in C-Dur erstmal los. Hier oben noch einmal die Tonleiter, Tonmaterial CDEFG A und H und jeweils die Stufenakkorde habe ich hier auch noch einmal ergänzt auf der ersten Stufe C-Major 7, dann D-Mol 7, E-Mol 7, F-Major 7, G7, A-Mol 7 und H-Mol 7 mit verminderter Quinte. Unser Hintergrundsong oder Backing-Track oder Jam-Track setzt sich aus einem A-Teil und einem B-Teil wie im letzten Teil dieser Serie zusammen. Einmal jeweils eintaktig D-Mol 7, G7, C7 und dann A7. Das Ganze wiederholt sich einmal und nach 8 Takten kommen wir dann in einen B-Teil. Dort haben wir die Akkorde immer jeweils halbtaktig und wir haben einen halben Takt D-Mol 7, G7, halben Takt C-Major 7 und einen halben Takt A7. Und das Ganze wiederholt sich dann viermal, bevor wir dann im A-Teil nochmal wieder anfangen und auch noch einmal den B-Teil spielen. Zur Improvisation verwenden wir jetzt durchweg das Tonmaterial aus C-Dur, also die Töne C, D, E, F, G, A und H. Mit der kleinen Ausnahme, dass jedes Mal, wenn der Dominant-Sept-Akkord der zweiten Stufe, hier in dem Fall der A7-Akkord auftritt, wir statt dem Ton C den Ton Cis nutzen und hier dann eben die Töne Cis, D, E, F, G, A und H nutzen und somit aus dem A7 ein A7-B13 machen. Musik 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 So weit, so gut. An dieser Stelle kannst du nun auch gerne noch einmal zum Beginn des Playalongs über die Kapitel zurückspulen und einmal schauen, wie es denn ist, wenn du jetzt gerade D-Melodisch-Moll über A7 benutzt hast und nur den Ton Cis eben angepasst hast, wie das Ganze klingt, wenn du stattdessen D-Harmonisch-Moll hier über A7 benutzt, das heißt also die C-Dur-Tonleiter so weit veränderst, dass du hier den Ton Cis spielst und hier statt einem H den Ton B spielst und du wirst merken, dass du ein bisschen mehr außerhalb bist von diesem ganzen Stück in C-Dur, wenn du über A7 spielst. Weiter geht's in der Tonart F-Dur aus den Tönen F, G, A, B, C, D, E, also einen Ton Abweichung zum Tonmaterial von C-Dur. Hier ist der Ton B statt dem Ton H drin. Die 2-5-1-Kadenz zur Wiederholung zum letzten Video besteht aus den Akkorden G-Moll-7, C-7 und F-Major-7 und der Dominante-Sept-Akkord der zweiten Stufe aus F-Dur ist in dem Fall die Dominante hier vom G-Moll-7, ein D-7-Akkord. Und die Skala, die wir hier rüber spielen, ist dann entweder D-Mixolydisch-B13 bzw. G-Melodisch-Moll oder wenn es ein bisschen mehr außerhalb sein soll, D-Mixolydisch-B9-B13 bzw. G-Harmonisch-Moll. Und auch hier müssen wir wieder nur einen Ton verändern. Wir haben hier durchweg das Tonmaterial F, G, A, B, C, D und E und wenn es dann zu diesem D-7-Akkord kommt, dann machen wir aus dem Ton F, wieder aus dem Grundton der Tonleiter, den Ton Fis und erhalten hier dann unsere korrekte Skala. und dann machen wir aus dem Grundton der Tonleiter, den Ton Fis und erhalten hier dann unsere korrekte Skala. und dann machen wir aus dem Grundton der Tonleiter, den Tonfis und erhalten hier dann unsere korrekte Skala. Auch machen wir das Ganze auch noch einmal für die Tonart B-Dur, damit wir eine ganze Menge von 2-5-1-Verbindungen eben mit diesem Dominant-Zept-Akkord der zweiten Stufe einmal schon bespielt haben und für spätere Liedsheets und Jazz-Standards dann schnell auch anwenden können. Tonmaterial sind hier die Töne B, C, D, S, F, G und A mit den jeweiligen Stufenakkorden, B-Major 7, C-Moll 7, D-Moll 7, S-Major 7, F7, G-Moll 7 und A-Moll 7 mit verminderter Quinte. Unsere 2-5-1-Kadenz besteht hier aus den Akkorden C-Moll 7, F7 und B-Major 7 und unser Dominant-Zept-Akkord der zweiten Stufe von B-Dur, also die Dominante vom C-Moll 7-Akkord, ist hier ein G7-Akkord. Um über den G7-Akkord mit G-Mixolydisch-B13 bzw. C-Melodisch-Moll improvisieren zu können, müssen wir auch hier wieder nur einen Ton ändern und zwar wird der Ton B hier in diesem Takt zum Ton H und wir können hier auch problemlos über den G7-Akkord improvisieren, indem wir einen Ton ändern. Auch hier kann ich raten, nach dem Impro-Track hier noch einmal zurückzuspulen und das Ganze auch mit C-Harmonisch-Moll über diesen G7-Akkord zu probieren und weitere Färbungsmöglichkeiten so zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Als nächstes habe ich nun auch noch einmal sechs verschiedene melodische Ideen, wie man diese Akkordfolge von heute ausbauen könnte und was man über die Akkordfolge spielen kann. Im Grunde genommen sind diese Ideen dieselben Ideen, die wir im letzten Video schon hatten. In den nächsten Videos werden es dann andere melodische Ideen werden und ich habe die Ideen aus dem letzten Video einfach ein bisschen weiter ausgebaut. Ich finde, das macht es dann in diesem Teil ein bisschen besser nachvollziehbar, wenn du den ersten Teil schon gesehen hast, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln kann. Wir haben hier das Ganze in C-Dur stehen, eine 2-5-1-Kadenz in C-Dur mit eben der Dominanten der zweiten Stufe, die dann wieder zurückgeht zum D-7-Akkord. Und zur Verbesserung deiner Improvisationsfähigkeit rate ich natürlich auch immer, das Transkribieren und das Transponieren dieser Ideen in andere Tonarten, damit du dich schön vollends mit diesen 2-5-1-Kadenzen und dieser neuen Sekundärdominante beschäftigst. Wie im letzten Video siehst du hier wieder die allererste Idee mit den aufsteigenden Akkordbrechungen jeweils der Akkordtöne des jeweils klingenden Akkordes D-7 aus den Akkordtönen D, F, A und C und eben das wird hier auch gespielt, der Ton D, F, A und C und dann wird dieses Arpeggio wieder absteigend gespielt, diese Akkordbrechung, mit den Tönen A, F, D und hier wieder die September C vom Akkord. Weiter geht das Ganze dann mit einem G7-Arpeggio aus den Tönen hier vom D angefangen, F, G, H, dann wieder G, F, D und H zum C-Major 7-Arpeggio aus den Tönen C, E, G, H, C, H, G und E. Zu guter Letzt landen wir dann hier auf diesen A7-Akkord, wo wir immer noch genau dasselbe Tonmaterial wie in C-Dur haben, mit Ausnahme des Ton Cs, der zum Ton Cis alteriert wird und wir haben hier ein A7-Arpeggio aus den Tönen Cis, E, G und A und dann geht es noch einmal wieder zurück zur Septime vom A7 zum Ton G. Das Ganze klingt dann so. Als nächstes haben wir genau dieselbe Idee auch im letzten Video schon gesehen. Hier geht das Arpeggio allerdings nicht nach oben und steigt dann wieder ab, sondern das Arpeggio ist eben absteigend und dann wieder aufsteigend. D-Moll-Arpeggio, D-Moll-7-Arpeggio, G7-Arpeggio, C-Major-7-Arpeggio und die Töne eines A7-Arpeggios. Hier siehst du die melodische Idee aus dem ersten Video mit den Tonleiterläufen, die wir jeweils in Dreiergruppen gruppiert hatten, entweder Dreiergruppen aufsteigend oder absteigende Dreier-Achtel-Noten-Gruppen, jeweils mit dem Tonmaterial aus C-Dur, mit der Abweichung, dass wir beim A7-Akkord natürlich aus dem Ton C den Ton Cis machen, wie hier geschehen. Das Ganze klingt dann so. Die etwas herausforderndere melodische Idee aus dem letzten Video mit den großen und kleinen Sechsten habe ich hier auch noch einmal. Die großen und kleinen Sechsten, die haben sich hier ja jeweils in Ganzton- und Halbtonschritten diatonisch verschoben, steigen hier jeweils ab, steigen dann hier wieder auf und am Ende auf unserer Dominanten der zweiten Stufe haben wir dann jeweils vom Tonmaterial aus dem Ton C auch wieder den Ton Cis gemacht und spielen hier dann durchweg diese Sechsten. Hier haben wir dann die melodische Idee aus dem letzten Video, wo sich jeweils kurze Arpeggios mit unterschiedlichen diatonischen Tonleiterläufen aus C-Dur abwechseln. Auch hier geht es dann einfach nur so weiter, dass beim A7 die Tonleiter dementsprechend angepasst wird, dass aus dem Ton C der Ton Cis wird und das Ganze passend für den A7-Akkord ist. Zu guter Letzt haben wir hier noch unsere melodische Idee mit verschiedenen Arpeggios aus C-Dur. Hier hinten muss dann eben gegebenenfalls diese Anpassung passieren, dass aus dem Ton C der Ton Cis wird und wir haben hier jeweils immer unterschiedliche Arpeggios über gleichbleibende Akkorde, das heißt also hier klingt der Dm7-Akkord, Dm7-Arpeggio, D, F, A und C. Dann kommt allerdings ein Em7-Arpeggio aus den Tönen H, G, E und D. Es geht weiter zum G7-Akkord mit einem C-Major7-Arpeggio, E, G, H und C. Dann haben wir auf dem G7-Akkord ein G7-Arpeggio aus den Tönen H, G, F und D. Landen dann auf dem C-Major7-Akkord mit einem A7-Arpeggio aus den Tönen E, G, A und C. Dann haben wir ein G7-Arpeggio über diesem C-Major7-Akkord und zwar aus den Tönen H, G, F und D landen hier auf dem A7 und auf dem A7 haben wir jetzt die Töne E, G, H und G. Das ist ein E-Moll-Arpeggio, von dem aus wir dann am Ende auf dem Ton A wieder landen. Ich hoffe, du konntest aus diesem zweiten Teil meiner Improvisationsserie jetzt eine ganze Menge mitnehmen, sowohl aus dem theoretischen Teil als auch aus dem praktischen Teil und den verschiedenen Anregungen zur Übung und zur Improvisation und dieser Dominanz-Zept-Akkord der zweiten Stufe macht ihr dann sicherlich auch in den folgenden Lead-Cheats, die wir uns angucken werden, sicher gar keine Probleme mehr. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Vielen Dank.